Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Micha, Matze, und mir, Micky, hallo. Die drei Musketiere. Ihr zwei seid die Miesketiere und ich bin die Masketier, okay? Masketier, boah, das hört sich nach so einer richtigen 80er-Jahre-Spielzeugwelle an, weißt du? Ich wollte gerade sagen, komm mir jetzt nicht mit Mask an. Nee. Wenn du jetzt noch losrätzt und Lüfter-Action schreist, dann fand ich, glaube ich, Lachen vom Stuhl. Okay, jetzt kennt wieder wahrscheinlich gar keiner das, worüber wir gerade reden, aber ist egal. Ich habe es gerade nicht verstanden. Das ist schon recht so. Google mal nach Mask und schau dir einfach nur eine Folge an, aber bitte bekomm keinen Lachernfall. Ach, ist das nicht diese Militär-Serie irgendwie? Ja, mit diesen komischen, weiß ich nicht, Vehikeln, die alle zwei Funktionen hatten und so komische Masken auf der Birne, die so besondere, damit sie dann Superkräfte haben und so ein Schwachs. Es war sehr 80er-Jahre-Dauerwerbesendung für Plastikspielzeuge. Mattel-Embild. Ich meine, es gibt schlechtere Sachen, eine Woche zu verbringen, als mit 80er-Jahre-Dänischen Cartoons. Ja, Overlord gucken müssen zum Beispiel. Ach, komm mal. Ich danke übrigens nochmal KSM dafür, dass er den Scheiß rausgebracht hat. Verdammt, ich feiere diese Serie. Die Redaktion möchte eine Anmerkung einbringen, dass sie nicht mit dem Geschmack des Herrn Michael Zieglers übereinstimmt. Ey, ohne Witz hat gesagt der Maxi. Ich finde den gar nicht schlecht. Okay, dann ist er in Ordnung. Ich habe mich halt nur wirklich sehr, sehr lange davor gedrückt, den anzugucken. Und gestern kam dann so, los, wir gucken ihn jetzt. Gestern kam so der Herr KSM bei dir in deine Wohnung einfach reingestürmt mit Pistole und meinte, wir gucken denn jetzt. Wenn KSM hier vor der Wohnung stehen würde, wäre mein Gesicht wahrscheinlich ziemlich göttlich. Nein, in dem Fall war es meine Mitbewohnerin. Aber das blieb dann halt so, dass wir, ja, so, oh Gott, nee, es ist 8 Uhr, ich glaube, man muss anfangen zu arbeiten. Oh, verdammt. Ja, deswegen, danke an KSM. Sehr freundlich, wir unterhalten uns zunächst irgendwann mal, falls wir mal die Möglichkeit haben, uns irgendwo auf der Convention zu treffen. Klingeln mal durch. Im nächsten Jahr. Und wenn ihr vorbeikommt, bring Kaffee mit. Ja, wir haben heute Werbung, nicht? Und zwar ist Dr. Stone jetzt schon bei KZ im Webshop erhältlich und ab 1.04. überall anders, also Amazon etc. und so weiter. Wo man halt so Animes kauft. Euer Dealer eurer Wahl. Und das ist eine Limited Edition mit einem 36-seitigen Booklet, zwei Figuren-Aussteller, ein Chibi-Stickerbogen, ein Magnet-Button in E gleich MC-Quadrat-Look und ein faltbares Ausstellerbild. Achso, und übrigens, die Folgen 1 und 6 sind auch dabei. Das Highlight ist allerdings das Box-Design. Das hat nämlich ein Steinmuster, das man nicht nur angucken kann, sondern dieses Mal hat man auch was zu grabbeln. Und Dr. Stone kennt man doch. Ich meine, das erzählt ja so die typische Geschichte, man wird halt so Stein und wacht dann irgendwann in Zukunft wieder auf. Die typische Geschichte finde ich sehr interessant. Sehr, sehr wichtig. Wieso ist das denn? Das ist doch nicht passiert. Mal mit jeden Montag. Ich meine, Dr. Stone hat sich da wirklich das darüber gedacht, der Boichi, oder wer auch immer mit ihm zusammen an der Story gearbeitet hat. Also ich muss gerade, ich gucke gerade auch nochmal, Story war von, ah, Rechiro, der Autor von iShield 21. Ah, cool, nice. Weil, klar, die Überlebenssache, Survival-Zeugs, das ist ja relativ beliebt. Überall, in YouTube-Bereichen und sonstigen Kram. Besonders durch Computerspieler auch. Und das da reinzuhauen, so im Sinne von wegen, wir sind der Steinzeit, du hast nix, aber du hast das gesamte Wissen der modernen Wissenschaft, der Technik. Und dann kannst du dich hier aus der Steinzeit rausbasteln mit den kleinsten Lustigkeiten. Das ist toll. Schlecht war er jedenfalls nicht. Oh, der Boichi, der Autor, äh, der Zeichner, der hat so eine Geschichte in der Sicht, die so parallel mit dem von Ogurito, dem Autor von, ähm, Dings, äh, wie heißt es nochmal? Ja. Äh, Tenjo Tenke. Was? Ach, oh ja. Der da. Äh, im Sinne von wegen, kommt er aus dem Erwachsenenregal, ne? Aus dem Schmuddelregal. Und dann hat er Exploitation-Sachen gemacht für Erwachsene und jetzt auf einmal ist er im schonen Jump gelandet. Oh mein Gott. Genau dieselbe, äh. Karriere, ne? Auch Pornodarsteller können Politiker werden. Ja, von mir aus. Gut, aber jedenfalls, äh, schön, dass wir so razziniert, der beste Werbespot ever. Ähm, ja, ist halt jetzt ab sofort erhältlich und, äh, greift zu, lohnt sich. Bin ich jedenfalls der Meinung. Daumen hoch. Daumen hoch. Genau, Empfehlung von uns und Empfehlung von uns sind immer gut. Was haben wir noch schönes Mangebot? Ja, wenn wir schon bei Kaze waren, können wir einfach mal, ähm, durchgehen, was sie noch in Zukunft an Manga, äh, anzubieten haben. Da gibt's ein paar, äh, Neuankündigungen. Unter anderem, wenn wir auch schon beim schonen Jump waren, Blue Lock ist ein Fußball-Manga, der läuft seit 2018 im schonen Jump. Und, ähm, ist wohl relativ beliebt. Ich hab, ehrlich gesagt, noch nicht großartig davon gehört. Ähm, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass halt einfach noch nirgendwo so richtig lizenziert wird. Ähm, es geht interessanterweise irgendwie um einen Top-Coach, der versucht, ähm, Japans, äh, Fußball, äh, Begeisterung wieder, wieder auferwecken zu lassen, beziehungsweise die Nationalmannschaft zu stärken und baut eine Art Trainingscamp, das Blue Lock, was relativ ähnlich zu einem Gefängnis ist. Äh, okay. Und steckt da 300 Leute rein und da sollen die Besten die neue Nationalmannschaft bilden. Ja, das ist ein Trainingslager, das sich mal gewaschen hat. Wie macht der das? Will er einen auf Schleifer machen a la Full Metal Jacket, oder wie? Es klingt so. Oh Mann, ey. Äh, in Japan sind bisher dafür, dass es seit 2018 erst läuft, schon 13 Bände erschienen, äh, fleißig, fleißig und soll im November 2021 dann in Deutschland starten. Äh, wir haben auch noch Rache schmeckt süß. Das ist eine Geschichte, wo es um eine junge Dame geht, die hat, äh, deren, deren Mutter ist eine, ähm, die, die macht Süßigkeiten. So, äh, äh, traditionelle japanische Süßigkeiten und, ähm, die hat auch irgendwie einen besten Kindheitsfreund irgendwie so, mit dem sie total gern abhängt und dann passiert irgendwie was, was ganz Schlimmes und die Mutter wird irgendwie für eine Straftat ins Gefängnis geschmissen, die sie gar nicht begangen hat. So, 15 Jahre später, ähm, sie selbst, also das Mädel selbst, Protagonist selbst, ist, ähm, jetzt, äh, Konditorin von so traditionellen japanischen Süßigkeiten, äh, und begegnet dem Jungen von damals wieder, der allerdings gar nicht mehr so fröhlich ist, wie er damals war, sondern jetzt eher so ein Emo. Ja, das, ähm, das, ähm, äh, sind schon 14 Bände in Japan draußen und... 14 Bände? Das ist aber eine lange Rache. Stimmt. Ja, ganz ehrlich, am Emo Rache zu üben ist nicht ganz so einfach, das dauert ein paar Bände, ne? Also, also, äh, aber das klingt interessant. Das, das soll im Oktober in Deutschland starten und alle zwei Monate kommt ein neuer Band. Äh, wir haben auch noch Idle Me oder Idle X Me, es ist ja immer so eine große, der, immer der große Kampf, spricht man das X oder nicht? Oder Cross. Wie bitte? Oder Cross. Oder Cross, genau, Idle Cross Me. Hm, es geht nämlich um eine Geschichte, wo, ähm, ein Mädel, äh, ist ganz großer Fan von einem bestimmten Idle, äh, von einem bestimmten Typen und irgendwas passiert und plötzlich tauschen die Körper. Und sie ist jetzt in dem Körper von ihrem Idle. Hui. Ja. Das, äh, sollte eigentlich ein böses Erwachen sein. Naja, das Erwachen ist so eine Sache. Für sich, weil, äh, sie sind ja dann beide irgendwie vorher noch tot und im Himmel und so und, äh, ja. Ist übrigens von der gleichen Mangaka wie Küss ihn, nicht mich. Ähm. Okay. Und er scheint ab November diesen Jahres. So, wir haben auch noch zwei Boys Love Einzelbände. Zweite, erste Liebe heißt der erste davon. Der erscheint, ähm, im Dezember und es geht um zwei Typen, die in der Highschool gedatet haben und dann irgendwie zehn Jahre später wieder aufeinandertreffen. Ähm, der eine davon, dem seine Frau ist fremdgegangen und hat sich geschieden und sein Leben läuft scheiße. Und dann merkt er, vielleicht könnte ich es ja doch nochmal mit dem Typen von damals probieren. Das ist vergleichsweise realistische, seifenopermäßige Angelegenheit, ne? Es ist noch vergleichsweise bodenständig und klingt noch vergleichsweise anständig im Gegensatz zu dem, was der Nächste zu bieten hat. Okay. I want to do what lovers do. Ähm, der erscheint, ähm, im Januar 2022 und es geht halt auch um zwei Typen, um zwei Studenten, die beschließen, eine WG zu gründen, um Geld zu sparen. Ähm, der eine ist schrecklich verliebt in den anderen, ähm, möchte es aber nicht gestehen, weil er die Freundschaft nicht gefährden möchte. Und, ähm, eines Tages geht der eine, ähm, halt so, der geht halt so raus, der andere ist noch so zu Hause und, ähm, er denkt sich so, ey, ich nehme den Shirt und rubbel mir damit an. Und dann kommt der andere halt, kommt der andere wieder nach Hause und sieht das so und bietet ihm an, zu helfen. Die Geschichte hört sich ungefähr genauso an wie, was macht denn das Stroh da? Warum hast du die Matke auf? Das ist ein richtiger Boys Love Anim. Äh, Manga. Warum habe ich jetzt an Anime gedacht? Komisch. Aber das ist ein richtiger. Das ist korrekte Boys Love. Also für Boys Love Fans wahrscheinlich top. Ich kann mich mit dem Genre nicht anfreunden, von daher. Boys Love Fans greifen zu aller anderen Lesenprobe. Oder so. Ja, immer dieses heimlich Probelesen, ne? Oh Gott. Okay, was haben wir noch aus Kasee? Ja, wir haben leider traurige Nachrichten. Ähm, aufgrund von Corona und weil die Regierung, ähm, so viel Mühe sich damit gibt, uns alle zu durchseuchen, ähm, konnte Kino jetzt noch nicht ganz so stattfinden und wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch nicht ganz so stattfinden, wie geplant. Und die Kasee Anime Nights eigentlich immer ein schönes, äh, monatliches Event, wo, äh, man im Kino schöne Filme gucken kann, die Kasee zu bieten hat. Oder andere Publishern in Zusammenarbeit mit Kasee. Und da waren geplant noch Black Fox Seven Days War und die, das 4K Remaster von Millennium Actress. Das alles 3 wird leider nicht mehr stattfinden im Kino. Es gibt auch keine weitere irgendwie Verschiebung oder sowas. Man hat jetzt festgelegt, das passiert nicht. Äh, es gibt feste Disktermine. Black Fox ist übrigens ein super toller Film, kann ich sehr empfehlen. Ähm, kommt am 15. Juli auf DVD und Bruei raus. Seven Days War am 19. August. Und Millennium Actress dann am 27. Januar 2022. Erst dauert noch ein bisschen, äh, auf DVD-Blu-Ray, aber auch auf 4K-Ultra-HD-Blu-Ray. Also das, das ist ein bisschen schade. Satoshi Kon kommt daher und der wird erstmal über ein halbes Jahr weiter nach hinten geschmissen. Gut, die Gründe kennen wir jetzt nicht, aber, äh, wer weiß, wie das mit den Lizenzierungen etc. bla angeht. Das kann durchaus an Japan liegen. Ich bin trotzdem auch mal gespannt, ob eine 4K-Blu-Ray sich für ein Anime lohnt. Ich meine, die Satoshi Kon-Filme sind natürlich noch auf Filmmaterial gedreht. Da könnte man das irgendwas rausholen. Aber ich hab noch nie ein 4K-Anime gesehen. Das stimmt nicht mal interessant. Äh, da ich 4K hier überhaupt nicht gucken kann, muss ich da sowieso passen. Ich hab auch nicht technischen Möglichkeiten. Ich meine, ich, ganz ehrlich, ich will auch nicht jeden kleinen Farbunterschied sehen. Oder, äh, bei 4K-Filmen so, ii, der hat ja mehr Pickel als ich dachte. Das hat man auf HD ja gar nicht gesehen. Äh, nee. Warum willst du das nicht sehen? Ich kann mir das aber bei einigen klassischen, ähm, äh, Anime-Filmen gerade eigentlich ganz schön vorstellen. Oh ja, jedes einzelne Korn. Ja. Gib mir. Jedes einzelne Korn. Na gut, okay. Oh Mann. Gut. Ja, was haben wir denn noch aus Deutschland? Ein deutscher Lande. Oh, Deutschland. Ähm, Anime on Demand können wir auch gleich mal bei so quasi Kase bleiben, beziehungsweise Zusammenarbeit mit Crunchyroll. Also, denn einige, äh, Titel aus dem Crunchyroll-Katalog landen jetzt bei Anime on Demand in Zukunft. Wir reden auch nachher noch darüber, dass einige Titel aus dem Anime on Demand-Katalog bei Crunchyroll reden. Warum machen die nicht eigentlich endlich einfach nur eine Sache und fertig? Da kannst du ja nicht doppelt verdienen. Achso. Ich meine, ach, warum frage ich. Also, ist das jetzt hier der, äh, Austauschprogramm von den ganzen, äh, Streaming-Diensten? Ja, ich, ich, ich meine, es gehört ja jetzt, äh, auch schon längeres, äh, längere Zeit ja, jetzt beides zum gleichen Ding, ähm, von daher, äh, passt schon. Ich meine, wir sind hier im Anime-Bereich, ich will, dass sie dann Austauschschüler genannt werden, ja? Tenko says, das muss sein. Ah ja. Okay. Warum denn, ey? Zauai, guck mal. Egal. Ab 27. März haben wir How Not to Summon a Demon Lord, am 3. April die erste Staffel von Zombieland Saga, die zweite beginnt ja jetzt bald, ähm, am 10. April die zweite Staffel von Mob Psycho 100, auch direkt mit Dub. Exzellente Anime. Ja, ja, ist wirklich großartig. Ähm, und auch die, äh, finale OVA von Real Life, das sind, glaube ich, vier Folgen, die die Story beenden. Ähm, am 17. April die erste Staffel von The Rising of a Shield Hero, auch mit deutscher Synchronisation, äh, am 24. April dann Given und der Film, ähm, am 1. Mai My Next Life as Villainous, am 8. Interviews with Monster Girls, am 15. High School Prodigies Have It Easy Even in Another World, und am 22. Sing Yesterday for Me. Das sind ne Menge Schwergewichte hier, ne? Ja. Ich muss grad überlegen, hatte Crunchyroll überhaupt die deutsche Synchro von Mob Psycho gemacht, oder war das nicht Kasee, die die gemacht haben? Das war, müsste Kasee gewesen sein. Ja. Okay. Deswegen wundert's mich grad, warum die zweite Staffel überhaupt eigentlich noch gar nicht war. Tja, äh, keine Ahnung. Egal. So, und zu Crunchyroll wandert dann... Genau, zu Crunchyroll landert, äh, dann in diesem Austauschprogramm quasi, ähm, Aria, das Scarlet, Ammo, Double A, ja, ähm, Bleach geht los, ähm, ich glaube, das sind noch nicht alle von Bleach, das ist bis herz, bis zur 63. Episode. Mit Dab, wohlgemerkt. Ja, mit deutscher Synchro, Dagashi, Dagashi, die erste Staffel, auch mit deutscher Synchro. Daumen hoch. Ja, tolle, wo wir vorhin schon bei Süßigkeiten waren. Ähm, und K-On mit, äh, deutscher Synchro und Untertiteln. Ähm, jetzt noch die zweite Staffel ist es, glaube ich. Ich glaube, die erste kam schon und die zweite kommt jetzt auch noch. Ja, okay, und das ist super, da gibt's zwei Daumen hoch. Gut, was haben wir denn aber noch in Deutschland? Pokémon, die Joto-Reise, denn die erscheint beim Polymon-Anime, äh, Polymon-Joke. Ja, ähm, die Joto-Reise, ist das ein Film? Ich hab keine Ahnung. Die Joto-Reise, das sind 41 Folgen vom im Prinzip ersten Pokémon-Anime, der war damals so in, noch in sich im Prinzip in Staffeln unterteilt, die verschiedene Abschnitte der Spiele, ähm, beziehungsweise verschiedene Spiele adaptiert haben. Ähm, ich glaube, erst, äh, die Staffel danach, Pokémon Advance, wo man sich eine kurze Pause genommen hatte, hatte dann die dritte Generation adaptiert und Joto ist, glaube ich, die zweite. Bitte steinigt mich nicht, ich kenn mich mit Pokémon nicht aus. Also, als jemand, der das... Du weißt auf jeden Fall mehr als ich. Ähm. Also, als jemand, der das damals im Fernsehen geguckt hat, hab ich das natürlich überhaupt nicht mitbekommen, diese Unterschiede da, diese Abstriche. Äh, hm, ja. Aber... Naja, zumindestens erscheint sie am 28. Mai, äh, mit deutscher Sprachausgabe. Und, äh, Infos zur Ausstattung kommen halt noch. Aber Pokémon ist Pokémon, ne? Ich mein, wenn du weißt, was dich erwartet, dann, pff, dann passt's, ne? Und dann haben wir ja noch bei Poliband-Anime Chin-Chan. Yes! Oh, Chin-Chan! Das ist tatsächlich ganz interessant. Ich hab vorher extra nochmal nachgeguckt, es kam bisher noch nie ein Chin-Chan-Film nach Deutschland. Das ist der Wahnsinn. Also, das ist eine, eine Tragödie ist das. Und jetzt kommt der 28. Film, der am 2020 rauskam, weil das bekommt auch jedes Jahr einen neuen Film. Ähm, Chin-Chan kommt nach Deutschland im Juni 2021 auf Disc bei Poliband. Und da freu ich mich drauf. Denn die Chin-Chan-Filme, das ist echt so ein Ding. Da sind einige darunter tatsächlich ziemlich gut. Ja, ich kann mich an das eine erinnern, wo es nur um das Thema Nostalgie geht. Und da gibt's eine geniale Szene, wo sie in der Bar sind und so tun, als würden sie Alkohol trinken. Und dann müssen sie wie alte, besoffene Männer alle aufführen. Das ist ehrlich. Das ist wunderbar. Ja, irgendwie sehr komisch, dass da noch nichts rüberkam, weil die Serie, die lief ja eine Weile bei uns im Fernsehen. Ja, und Poliband hatte ja erst letztens angefangen, sie auch weiterzubringen. Tatsächlich mal nach all der Zeit. Ähm, ja, also ich freu mich drauf. Ich hab Chin-Chan tatsächlich auch früher, als ich es im Fernsehen gesehen hab, immer gemocht. Ähm, und wie gesagt, unter den Filmen, da sind einige ziemlich gut, einige wirklich kreativ gemacht. Ähm, so gerade, ich mein, Chin-Chan ist auch so ein Anime, wo halt auch viele Legenden heute angefangen haben. So, Yuasa hat damals sehr viele Folgen von Chin-Chan gemacht. Ich glaub, auch ein paar Filme. Also, dementsprechend ist das ziemlich cool. Das ist die gute Frage. Hat Yuasa Chin-Chan geprägt oder Chin-Chan hat Yuasa geprägt? Uh. Ich bin eher für die zweite Option, aber naja. Ähm, was haben wir doch, wir haben beim letzten Mal, kleines Update, wir haben beim letzten Mal ja über das Akeba Pass Festival geredet. Beziehungsweise das Akeba Pass Festa, wie es jetzt heißt. Und ich hab's so enttäuschend von mir gegeben, oh, jetzt kommen ja gar keine Anime, das ist nur ein Twitch-Livestream. Jetzt hat man nochmal neue Informationen rausgegeben, warum man die nicht von Anfang an rausgegeben hat und so einen schlechten ersten Eindruck macht, weiß ich nicht. Ähm, zumindest gibt's ein paar Anime jetzt. Also, es ist, ähm, nach wie vor am 26. und 27. März, in dem Wochenende jetzt, nach dem der Podcast hier draußen ist, ähm, findet das Festa statt. Und man kann im Prinzip, ähm, auf Twitch gibt's so die kostenlosen Programmpunkte. Da will man unter anderem die erste Folge von Fruits Basket mit deutscher Synchro zeigen und auch von ID Invaded. Ähm, und es gibt halt Interviews und sonst irgendein Kram. Ähm, aber man kann sich noch einen Premium-Pass kaufen, ähm, mit dem kann man dann, ähm, die unzensierte Synchro-Premiere von Super Age Eros schauen. Das ist halt so ein Edge-Titel, der letztes Jahr rauskam. Man kann unter anderem noch mehr Episoden von Fruits Basket und ID Invaded auf Deutsch gucken. Ähm, und Mary und die Blume der Hexen, Mutterfuckers, den ersten und zweiten Haikyuu-Film und Your Voice, Kimi Koei. Also zumindest ein paar. Das sind alles Filme, die sie vorher schon mal, ähm, beim Akiba Pest Festival gezeigt haben. Aber, äh, da das ja mit den Lizenzen immer so eine Sache ist, ist es zumindest gut, dass man irgendwas bekommt. Vergleichsweise kurzfristige Ankündigung, oder meine ich das nur? Ja, schon. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es, ja, wie gesagt, wir hatten beim letzten Mal halt schon drüber geredet, dass da wahrscheinlich mit den Lizenzen das einfach nicht so einfach war. Ja, aber wir haben sich anscheinend richtig zusammengerissen und mit achtem Krach noch was hingekriegt. Nicht schlecht, also auch kein schlechtes Programm. Ja, ja, ja. Also gerade im Winterfuckers, das ist so ein geiler Film. Ja, ja, ganz ehrlich, was ich eher interessanter finde, ist, wie zum Beispiel soll Golf für die Community funktionieren? Äh, äh, ich meine, du hast Twitch Plays Pokémon gesehen, oder? Nein. Und, nein? Nein. Also wenn der Twitch-Kanal dem sagt, wie sie ihren Golf zu schießen haben, dann könnte das lustig werden. Ja. Es gibt halt auch eine Menge Interviews, äh, darunter auch mit Kaze, Ultraverse und Manga-Kult. Also es ist ein schönes, vor allem auch Free-Programm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, lohnt sich bestimmt, sich anzuschauen. Ja. Schön, dass was das Morde ist. Gut. Ähm. Ja, hat Peppermint fein gemacht. Ja. Und wir bei Peppermint waren, sie haben auch eine neue Lizenz bekannt gegeben. Gleipnir, äh, erschienen schon als, äh, Simulcast auf Wakanim. Jetzt will man den auch in Zukunft auf Disc rausbringen. Es war 13 Episoden, das war ein ganz nettes Ding. Ähm, jetzt viele Informationen haben sie jetzt zu dem Disc-Release noch nicht rausgegeben. Zweite Halbjahr 2021 soll es dann halt kommen. Jo. Jo. War nett. Gut. Kann man sich ja angucken. Äh, was man aber definitiv gucken sollte, ist nämlich Promare. Hey, hey. Der ist nämlich ziemlich geil. Ähm, das ist, das ist so, so, Trigger at its best, das ist einfach so pur. Das ist pur Trigger. Das ist herunterkonzentriert, ne? Von Fernsehserie auf Filmlänge. So, 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 das beschreibt es ganz gut. Ähm, und da hat man jetzt angekündigt, wir haben ja im letzten Mal ja, ähm, darüber gesprochen, dass überhaupt die Lizenz angekündigt wurde. Und jetzt dauert es tatsächlich gar nicht mal so lang. Und dann kann man den ab 8. April bis zum 29. April bei Amazon gucken. Ähm, für eine, eine Gebühr für stolze 18 Euro in SD, also 480p und 20 Euro in HD. Ähm, gut. Ist ein bisschen teuer für einen reinen digitalen Film. Nö, das sind bei Amazon normale Preise tatsächlich. Sogar noch günstig. Ja, ja, ich, ich weiß, das sind halt diese, diese, diese Premierpreise irgendwie für halt irgendwas Neues, was es halt so noch nicht gibt. Ähm, man hat dann auch nur 48 Stunden Zeit, den halt zu gucken. Also, ist jetzt die Frage, ob man das unbedingt machen will oder ob man jetzt vielleicht nicht doch ein bisschen wartet, bis man dann die Disc hat und das halt so oft gucken kann, wie man will. Was ist da eine Alternative? Kino ist im Moment nicht auf, ne? Ja, ne? Das ist das Ding, das, das ist halt als Kino, äh, im Prinzip ersatz ja für das Kino-Event. Ich meine, äh, ganz ehrlich, äh, ich find das gar nicht so schlecht. Ich hab das jetzt, äh, letztes Jahr bei Amazon auch zweimal gemacht, auch wenn's wirklich schweineteuer ist. Ähm, was übrigens ganz wichtig zu wissen ist, man braucht kein Prime-Abo dafür. Äh, also, wenn ihr keins habt, selbst da könnt ihr dann fröhlich mitgucken. Ja. Und Amazon Prime hat ja mittlerweile diese Watch-Party-Funktion, die ist tatsächlich ganz witzig. Das würde sich bei dem Anime wahrscheinlich auch wirklich lohnen. Oh, ja, das könnte ich mir vorstellen, das wäre ganz witzig. Oh, ich wünschte, ich könnte mir einen halben Suss meiner Freunde zu mir nach Hause einladen, würde ich mir in den Keller schmeißen, Beamer an, und dann würde ich auch so eine Investition mir gönnen, ne? Wo man einen ganzen lustigen Abend draus machen kann. Warte mal, du hast Freunde und einen Beamer. Schön, danke. Ja. Kann ich machen, oder was? Matsus Beamer-Keller ist so geil, da pro März zu gucken, wäre bestimmt geil. Also, da würde ich 20 Euro für ausgeben, aber für mich alleine wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ja, mal sehen. So, und dann haben wir noch ProSiebenMax, denn die zeigen Kokos Basketball, alle Staffeln. Ja, Kokos Basket, ähm, oder Kokos Basketball, das sind, äh, es ist ein, äh, Titel. Also, also nur der Titel, jetzt nicht der Anime an sich, sondern einfach der Titel. Und, ähm, da passiert der Release auf Disc, ja, glaube ich, auch noch gar nicht allzu lang bei Animoon. Jetzt hat man aber angekündigt, ähm, ab dem 12. April, ähm, die ganze Serie im Free-TV zu zeigen, bei ProSiebenMax, Montag bis Freitag jeden Tag eine neue Folge um 18.55 Uhr. Also, wenn man wieder ganz, ja, oder im Anschluss in der Mediathek, also entweder, wenn man ganz klassisch wieder ins Fernsehen gucken will, ähm, oder in die Mediathek gehen will bei ProSiebenMax, beziehungsweise, was ist das TV-Now? Nee, Join, Join ist das. Ich hab keine Ahnung, aber ich gucke ehrlich gesagt auch nicht so gerne die Filmschnipsel zwischen den Werbeblöcken, von daher. Ja. Wenn ich mir so richtig überlege, ich muss mal nachdenken, der hat doch eine Menge Folgen, das Ding, hat er drei Staffeln? Das sind so 75 Folgen, glaube ich, ja. Boah, okay, das ist ein Brocken. Das heißt, wie viele, 75 durch 5, wie viele Wochen ist man beschäftigt? 15. Dauert eine Weile. Naja, Moment vorbei, ProSieben setzt sich auch gerne mal schnell wieder ab und so weiter. Erstmal gucken, wie es läuft. Das stimmt. So. Ja. Ah, dann sind wir mit Deutschland-News tatsächlich durch. Haben wir Deutschland platt gemacht? Nein, eine Sache haben wir noch. Eine Sache haben wir noch. Also, ne, Vorsicht, aber das ist eigentlich auch eher Werbung. Heute haben wir nämlich zwei Werbeblöcke. Wo ist denn unsere schöne Werbung? Was haben wir denn? Ja, du klangst, als würdest du loslegen wollen. Nö, 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 leg du mal los. Ich muss passen. Oh, du witzig, ich hab den Anime noch nie gesehen. Oh, das stimmt. Wie kann man Fullmetal Alchemist Brotherhood noch nicht gesehen haben? Das ist hier die Frage. Ich hatte anderes zu tun. Es gibt solche Leute anscheinend, hier haben wir den Beweis, und für solche Leute haben wir eine Neuveröffentlichung, eine Komplettbox von KSM. Ja, das sind alle, 64 Folgen sind das, glaube ich, von Fullmetal Alchemist Brotherhood plus irgendwie OVA-Krams, gibt's ab 25. März überall, wo ihr eure Anime so herbekommt, also legal. Das muss dazu gesagt werden, ne? Es gibt zwei Stunden Bonusmaterial mit Making-of und Interviews, also Making-of von Deutsche Synco und Interviews, und es gibt einen Hardcover-Schuber mit schöner Silberglanzfohle, damit's auch schön in eurem Schrank heraussticht. Es gibt ein Artbook dazu, wo die ganzen Eyecatches der Serie drin sind. 16 Booklets, die irgendwie einen Episoden-Guide und irgendwie mit Charakterbeschreibung und sowas. Es gibt diese ganzen Mini-Clips, so O-Marcus, das sind so kleine Web-Clips, beziehungsweise damals hat man die noch vor dem Internet, hat man die noch mit auf die Blu-ray dann immer gepackt. Also sind so kleine Comedy-Boni quasi. Und es gibt den vollen Opening-Song und den vollen Ending-Song, also den vollen Opening-Song Again von Yui und den vollen Closing-Song Usu von Sid auch zum Anhören mit dabei. Das ist ganz, ganz viel, was man da bekommen kann. Und Fullmetal Alchemist Brotherhood ist ne ganz gute Serie. Ja, das ist ne schöne Box. Da hat KSM fein was zusammengestellt, muss ich sagen. Ist wirklich so ein Klassiker, finde ich, mit dem man auf so eine Stufe mit Def-Not stellen kann, an Titeln, die man mal gesehen haben sollte. Wenn man so die E-Mail nimmt, die uns dazu geschickt worden ist, würde ich sagen, ja, bei KSM ist der Hype auch im Haus sehr groß. Marvin, viel Spaß noch bei den letzten zehn Folgen. Ah ja. Auf jeden Fall, es ist echt wahnsinnig, dass das Ding eine zweite Fassung bekommen hat. Besonders, weil die erste Fassung war schon richtig gut. Und die sind so unterschiedlich, dass es sich echt lohnt, beide zu holen. Natürlich ist das ein Aufwand. Die erste ist, by the way, auch bei KSM. Die haben übrigens fantastische deutsche Synchro. Also wirklich. Die erste damals entstand, glaube ich, noch bei, wie hießen sie hier? Fängt auch mit P an. Die machen ja, die haben hier, Panini! 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 Genau, da entstand ja die Synchro von der ersten Serie damals. Wirklich, halt fantastisch. Einfach fantastisch besetzt. Und dann als KSM für Brotherhood, als sie Brotherhood lizenziert haben, haben sie die ganzen alten Sprecher mit zurückgeholt. Dementsprechend auch fantastisch synchronisiert. Also lohnt es sich auch mega, die auf Deutsch zu gucken. Also ich muss jetzt mal allgemein ein Kompliment aussprechen, denn die Synchros bei KSM sind in der Regel eigentlich alle ziemlich gut. Ja, das stimmt schon. Also die geben sich da richtig Mühe. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Rutscher sind mir jetzt eigentlich so, habe ich so nicht im Kopf. Das Mindestmaß bei so KSM-Synchros ist eigentlich in der Regel durchschnittlich. Aber das ist halt das Mindestmaß. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Mindestmaß, würde ich mal sagen. Ja, also ich habe ja einige Serien, oder ich glaube, meine Haupt... Ich glaube, ich habe extrem viele Serien von KSM, weil die halt immer so Sachen rausbringt, die ich echt feiere. Und bisher waren die eigentlich immer sehr, sehr gut. Sagte mal, ihr wollt mich aber nicht hier zum Synchro-Gucker hier verführen, oder? Naja, ja. Mal sehen, vielleicht wird aus mir noch ein Synchro-Gucker. Ja. So, und dann haben wir jetzt heute eigentlich das erste Mal, wenn ich mich gerade nicht irre, denn wir wollen ja auch Animes besprechen, die wir auch synchron übrigens auf Sumi-Kai selbst veröffentlichen. Und heute ist bei Vice-Fans Grandchild dran. Das ist nämlich der einzige Ise-Kai, den ich wirklich feiere. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Weil er sich nicht so ernst nimmt, schätze ich mal. Wahrscheinlich. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe die Serie im Simbo-Cast geguckt. Ich habe sie danach noch ein paar Mal bei Wackernim gesehen. und ich feiere das Ding einfach. Und ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich empfehle den auch tatsächlich. Ich habe einfach nur keine Ahnung, warum ich den so feiere. Auf jeden Fall, die Serie, es ist ja so, dass du sehr oft so eine Mary Sue hast im Ise-Kai. Einen Übermächtigen. Und das ist nicht selten ein kleines bisschen edgy. Ein bisschen kantig, ein bisschen Edgeloss-mäßig. Und hier wird es eigentlich größtenteils durch den Kakao gezogen. Jedes Mal, wenn er irgendwas komplett Dämliches macht, sind die Reaktionen da so fast von abgedreht, dass man einfach mitgrinsen muss oder schmunzeln muss. Ja, es gibt halt auch in der Geschichte, und das finde ich besonders schön, so viele Seitenhiebe auf so typische Szenen, die man halt aus anderen Animes kennt. Also, jetzt ein bisschen mal zu spoilern. Auf der Akademie, wenn es um die Einführungstests geht, und die anderen legen dann los mit ihren Zaubern und ihren komischen Sprüchen und so weiter, wie er dann da steht. Oh Gott, zum Fremdschämen. Das unterstreiche ich übrigens. Das ist jetzt was Neues peinlich. Oder halt auch so kleine Witze immer in der Story. Das Einzige, was man bei der deutschen Fassung sagen muss, ist, dass durch die Übersetzung ein bisschen was vom Humor kaputt gegangen ist. Und ich verstehe immer noch nicht, warum man Sizilien zu der einen Charakter ... Also, auf jeden Fall verstehe ich einfach nicht, warum der eine Charakter Sizilien ausgesprochen wird. Das klingt mir übrigens tatsächlich die ganze Serie lang tierisch auf den Keks. Ich kann mir vorstellen, dass man das doch macht, um ... Wenn die halt im Original Cecilia heißt, das ist ein Zungenbrecher. Ja, wahrscheinlich. Ich kann es, glaube ich, selber auch nicht aussprechen. Aber ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, hat der Anime wirklich sehr viel zu bieten. Also, neben dem kleinen Seitenhieben und dem Allgemeinhumor und halt auch dieses ... Ja, er ist zwar der stärkste Hahn im Stall, aber ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also, als Parodie oder als lustige Comedy, was Isekka angeht, kann es natürlich der absoluten Größen wie Konosuba nicht das Wasser reichen. Nein, das natürlich nicht. Aber es ist fein. Ist fein. Ja, definitiv. Also, es ist nicht der schlechteste, es ist auch nicht der beste Isekai, das halten wir mal fest. Aber er hat eigentlich für jeden was zu bieten, muss man ganz ehrlich sagen. Außer für Hentai-Fenster natürlich. Ja, wieso, Fanservice ist ein bisschen ... Hey, aber man kriegt zumindest eine Romanze, die auch tatsächlich mal abgeschlossen wird. Das hat man auch nicht häufig. Ach Gott, du rätst du was. Das könnte böse, böse, böse enden, wenn wir an dieses Thema weiter reingehen. Ja, nein, das wollen wir gar nicht jedenfalls. Ja, also, wenn ihr die gesamte Rezi sehen wollt, lesen wollt, dann könnt ihr auf Sumika gehen. Und da findet ihr dann auch unsere Bewertung. Meiner Meinung nach wirklich ein guter, sehr überdurchschnitt, also eigentlich eher schon ein bisschen besser als der Durchschnitt. Ist auf jeden Fall zu empfehlen und ist auch eine ganz schöne Box, die Cassina rausgebracht hat. So, jetzt sind wir fertig mit Deutschland, oder? Ja, wir sind jetzt fertig mit den ganzen News und anderen Besprechungen aus dem deutschen Bereich und kommen wir so nach Japan, was da passiert ist in der letzten Woche. Und da müssen wir leider anfangen mit drei Todesmeldungen. Das hatten wir, glaube ich, bisher nur einmal und jetzt diese Woche direkt drei. Es ist ein bisschen, ist natürlich immer schade, aber es sind wirklich Menschen, die wir jetzt einfach mal feiern werden. Die wir feiern werden, weil die haben auch wirklich viel gemacht. Wir haben als erstes den Synchronsprecher Masahiro Ansei. Der ist 66 geworden. Der hat unter anderem in der japanischen Synchro von den Simpsons Nelson gesprochen, aber man kennt ihn vielleicht auch aus einigen älteren Anime. zum Beispiel die erste Fassung von Guru Guru. Also, ich lasse mich nochmal gucken, wie hieß der komplett? Magical Circle Guru Guru. Da in der ersten Fassung hat er mitgesprochen, aber auch in Wild 7, eine ganz witzige OVA, die ich mal gesehen habe, aber auch der erste Gainax-Film, also der erste Spielfilm von Gainax, Royal Space Force, The Wings of Honami. Ein toller Film. Und er war ja auch in Sailor Moon dabei. In Sailor Moon, okay. Also, er ist mir nicht so sehr von Sailor Moon im Gedächtnis, weil Sailor Moon ich nicht auf Japanisch gesehen habe damals. Hast du Sailor Moon auf Japanisch gesehen? Ich habe mir tatsächlich Sailor Moon auf Japanisch angeguckt, einfach um mal die Synchros zu vergleichen. War keine schöne Erfahrung, aber ich habe es immerhin gemacht. Also, ich habe ihn aus Slayers im Gedächtnis. Da hat er nämlich den abgedrehten Prinz gespielt, der der Vater von einem der Mädels war, der mit unserem Hauptcharakter natürlich gegengezogen ist. Der hat dann mit seiner Tochter immer zusammen so ein Wrestling-Tag-Team gemacht, um Monster niederzumachen. Das bleibt einem im Gedächtnis, sage ich euch. Das stimmt. Der hat immer ziemlich kratzige, wildkreischend laute Leute im mittleren Alter in Anime gespielt. Das ist hehrlich, absolut. Also, er war schon ziemlich groß in der Synchronszenen in Japan. Ja, und jetzt mit 66 leider verstorben. Aber das ist leider nicht die einzige Todesmeldung, wie gesagt. Wir haben auch noch Minako Ishiba. Sie war Animatorin und Charakter-Designerin, die gerade sehr viel bei Studio Piero gemacht hat. Und vor allem Charakter-Designs für die Anime-Fassung von Noir, Black Butler, Hikari no Go, Tsubasa Reservoir Chronicle. Ganz, ganz viel wirklich richtig klassischer Kram. Zuletzt auch als Animation-Director bei Dr. Stone unterwegs gewesen. Also, eine Dame, die wirklich viel erreicht hat. Und vor der man wahrscheinlich im Prinzip mal was gesehen hat, bei so viel Kram, den sie gemacht hat. Und... Ich meine, allein die Designs von Haxein und all das, was... Also, im Endeffekt, die war Hauptdesignerin bei B-Train von den Charakter-Designs. Das ist definitiv auch im deutschen Markt ziemlich bekannt. Also, sowas wie El Cazador, Phantom, Wequim, Phantom, ja. Und Noir, wie ich vorhin gesagt habe, ja, bei B-Train. Ah, ja. Noch nicht zu alt gewesen. Jetzt wirklich, die Details hat mir nicht bekannt gegeben, muss man aber auch nicht. Ist aber wirklich, wie gesagt, eine tolle Person gewesen. Auch schade, wieder da. Aber, wie gesagt, wir wollen zelebrieren. Ja. Könnt ihr euch gleich durch das Stone angucken, weil da hat sie auch noch mitgearbeitet. Gut, und als... Letztes haben wir noch den Animator Yasuo Otsuka. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Größe in Japan gewesen, in der Anime-Industrie. Oh, ja. Ja, der ist jetzt mit 89 verstorben. Er war... Also, er hat viel mit Isao Takahata zum Beispiel zusammengearbeitet, bei Horus Prince of the Sun, bei aber auch sowas wie The White Snake, aber auch mit Hayao Miyazaki bei Future Boy Conan und dem Lupin-Film, den Miyazaki gemacht hat, den Castle of Kariostro, wo er auch das Charakter-Design übernommen hat. Magst du, du kannst vielleicht noch ein bisschen mehr sagen? Du kennst dich da wahrscheinlich mehr aus. Da muss man in Details gehen. Ich muss schon mal überlegen. Dieser eine Animationsfilm, The White Snake, ja, das war 1956, das war noch da, wo japanische Animationsfilme versucht haben, Disney nachzumachen. Im Deutschen übrigens hieß er Erzählung einer weißen Schlange, um das mal zu sagen. Zeichenstil und Animationsstil sehen ganz anders aus, als das, was man von Anime kennt. Der allererste Anime, also definitionsweise, könnte man eigentlich erst sagen, dass das 1966 war, mit Astro Boy. Ja. Ich weiß, was du damit meinst, ja. Und, ja, Otsuka hat im Endeffekt das gesamte Gerüst von dem, was wir an Animationstechniken als japanisch erkennen, gebaut. Einer der Leute, die das sozusagen aus dem Nichts erschaffen haben, ist dieser Film von 1968, Horus, Prince of the Sun. Da gibt es einige Szenen drin, die sind sowas von dermaßen modern, dass du dir nicht glauben kannst, dass sie zwei Jahre nach der Ausstrahlung von Astro Boy, der ihn gezeichnet hat. Besonders da drin, da gibt es zwei Kämpfe. Einmal, wo der Hauptcharakter gegen eine Horde von Wölfen kämpft und einmal, wo er gegen einen großen Fisch in einem See kämpft. Und die sind so fantastisch animiert und gezeichnet, der hat im Endeffekt die moderne Fassung des von Limited Animation dort mit erfunden. Und das ist, das alleine sich mal anzuschauen, zu sehen, was da Geschichte passiert ist, das ist der Wahnsinn. Das empfehle ich jedem, wenn er das kann. Oder auch Future by Conan. Ich meine, da brauchen wir nichts drüber sagen. Die Serie ist von 1978, aber sie ist so gut animiert, dass sie sich mit den Schwergewichten von heute locker messen kann. Definitiv. Ja, ich lobe ja immer die heutige Anime-Branche dafür, wie hoch der Animationsdurchschnitt ist im Vergleich zu Mitte der 90er, was Fernsehserien angeht. Und dass Future by Conan sich immer noch nicht verstecken muss und mit den besser animierten Sachen von heute einfach so hier Schläge austeilen kann, das sagt schon was. Das ist im Endeffekt, man kann die ganze Geschichte, das ganze Leben von dem Mann zurückgehen und dann sieht man die Geschichte des Animes mit. Ja. Also empfehle ich auch, das mal zu googeln und nachzugucken, was es darüber zu finden gibt. Ich meine, er hat ja nicht umsonst 2019 einen japanischen Oscar für sein Lebenswerk bekommen. Das definitiv zu Recht. So, jetzt ist noch die Frage. Ich meine, es gibt eine ganze Menge Anwärter auf dem Thron. Wer ist denn heute der beste Sakuga-Mensch? Ich glaube, das wäre mal eine Extra-Folge. Das wäre definitiv eine Extra-Folge. Da würden wir ein paar Stunden drüber quatschen können. Oh, ja. Ja, gut. Aber wir haben noch einige erfreuliche News aus Japan. Unter anderem natürlich ganz viele neue Anime-Feder. Die wollen gar nicht aufhören. die werfen die einfach so wie so ein Maschinengewehr kommen die Anime uns entgegen geflogen. Ja, wisst ihr noch, wo es so ein kleines bisschen langsamer wurde, ne, pandemiebedingt? Das hat sich jetzt alles angestaut und jetzt bricht der Damm. Ja, so führt es an, so führt es definitiv an. Die Leute haben es geschafft, ihre Arbeit von Homeoffice wieder ins Büro zu bringen. Gut, als erstes haben wir eine Anime-Adaption zu Konohila Konohila Men Dokusai. Wie würde man das auf Deutsch nennen? Der nervige Heiler? Ja, dieser Heiler nervt. Es geht im Prinzip um eine Dunkelelfin, die zusammen mit einem Schwerkämpfer unterwegs ist und die erleben Abenteuer. That's the story. Naja, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich. Man muss dazu sagen, dass die Dunkelelfin schon ziemlich krasse Fähigkeiten hat und der Schwerkämpfer eigentlich ein ziemlicher Schwächling ist und deswegen wurde halt die ganze Zeit rumgeschubst. Das ist eigentlich die Story, wenn man es genau nimmt. Eigentlich macht das sogar die Story aus. Jetzt wartet mal, hört mich mal aus. Entschuldigung. Eine kleine zierliche, die sozusagen ihren männlichen Partner die ganze Zeit triezt, ist das Nagatoru Isekai oder was ist das? Oh Gott, du hast recht. Okay, ich bin dabei. Ich bin dabei, danke. Holt mir. Aber, und da haben meine Augen ein wenig gestaunt bei dem nächsten Ding. Kyokai Senki ist ein neuer Original-Anime von Sunrise Beyond, die man vorher noch als Xebek kannte und die machen einen neuen Mecha-Anime in Zusammenarbeit mit Bandai Spirits, der tatsächlich nichts mit Gundam zu tun hat, ausnahmsweise. Naja, aber kommt, das Design könnte schon aus wie Gundam. Ja, ich wollte gerade sagen, hat ein anderer Name, aber sie genau so aus. Aber, dann habe ich mir den Teaser angeguckt und ich sehe 2D-Mekka-Animationen. Sie existieren, die Mythen, die Mythen sind wahr. Oh, it's been a long time. Das ganze Ding, auch interessantes Setting, 2061, Japan, beziehungsweise die gesamte Welt sieht es so ein bisschen besetzt aus von Handelsblöcken, die alle gegenseitig Krieg führen und ein Junge namens Amo Shiba denkt sich so, nachdem er auf eine autonome KI trifft, denkt er sich so, ey, wir nehmen jetzt einfach mal Japan zurück ein. Oh, geil, guck mal, da steht eine Kriegsmaschine rum, komm, ich habe keine Erfahrung, scheiß drauf, los geht's. Wir befreien mal eben kurz Japan. Mecha-Tradition halt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommt mir das ein bisschen bekannt vor euch auch. Es sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick ziemlich geil aus und wenn da wirklich viel zweite Mecha-Animation drin ist, dann bin ich dabei. Ja, also angucken definitiv, ey, es ist ein Mecha-Animation, Hallöchen. Da wird geguckt, basta. Auf jeden Fall, sie versuchen nicht zu weit sich aus dem Standardschema herauszulehnen. Ich meine, wenn man allein das Farbschema sich anguckt, mit Weiß, Rot, Gold und Blau, Gundam sagt, sie lässt grüßen. Irgendwie das Unicorn-OVH oder so ein bisschen vom Look. Ja, so ein etwas moderneres Mecha-Design ist das schon, also jetzt, wenn du Gundam dagegen stellst, sag mal, man hat es vielleicht mal geschafft, Gundam doch doch zu modernisieren, aber schlecht aussehen tut die Animation wirklich nicht. Also der Trailer ist nicht übel. Ist sehr fein. Besonders gefällt mir, dass die nicht so wie Menschen durch die Gegend springen, sondern ein gewisses Gefühl von Schwere, von Gewicht, von Größe ist dabei. Das ist fein, das gefällt mir. Jo. Was haben wir noch? Die Side Träumerei, also ein D unterstrich Side, aber mit C statt S Traumerei, weil die Japaner deutsche Wörter mögen. ist ein neues Multimedia-Projekt und wie das sich für ein Multimedia-Projekt gehört, erkündigt man auch direkt ein Anime mit an, der dann im Sommer 2021 kommen soll. Bei dem Studio Sanziken entsteht ein CGI-Studio, die vorher haben die? Nee, die haben nicht an dem Berserk-Ding gearbeitet. Nee, das hätte ich gewonnen. Das würde ich mich daran erinnern. Berserk, das war ein Ando-Studio, das war Melippin-See. Die haben zum Beispiel am Blackrock-Shooter mitgearbeitet, an Miss Monochrome, Heavy Object, der bei KSM ja entschieden ist. Das CGI bei Heavy Object, ja. Bang Dream dürften wahrscheinlich auch einige kennen. ID0 bei Netflix. Oh ja, stimmt, ID0, ja, das war ganz gut. Genau, und The Heroic Legend of Aslan, ich glaube, da war auch nicht so ein da haben sie das CGI genau. Oh ja, dann können die das. Haben halt auch einige Filme, also ich glaube, mit so am bekanntesten ist zum Beispiel We Cyborg, der 2012 erschienen, da haben sie dann ebenfalls die Animation übernommen. Äh, Promare. Nee, bei Prom, nee, welche? Waren sie auch dabei? Das war, da haben sie das 3D-CG Stimmt, ja, das kann sein, ja, ja, stimmt, die Trigger und Sansiken, die teilen sich, glaube ich, ihre Offices. Mh, genau, und, äh, Gott, jetzt kommt wieder dieser Name, den ich hasse, wie die Pest, Apigio of Blue Steel, sorry, ich weiß echt nicht, wie man es ausspringt, Apigio, ah, so spricht man das, okay, äh, da jedenfalls bei DC, ja, ich glaube, ja, aber jedenfalls bei Ars Nova DC und Ars Nova, Katze da, Gott, ich hasse Italienisch schlimm, äh, da waren sie auch dabei. Wir haben auf jeden Fall genug Beispiele gehört, das ist ein Studio, was es durchaus kann, ähm, es geht dabei irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, im Prinzip um einen Jungen, der in unterschiedliche Traumwelten immer wieder schlüpft und da halt ganz crazy Stuff erlebt. Man sieht auch so, dass am ersten Visual, was da irgendwie geteilt wurde, dass da halt, da ist so ein klassisches, traditionelles, ähm, japanisches, also, eher so halt Anfang 20. Jahrhundert traditionelles Haus, wie ich es gerade meine, ähm, und dahinter so ein riesengroßer Wal, der so Gold leuchtet irgendwie im Himmel. Das ist ein sehr traumhaftes Visual irgendwie und, ja. Ja, er hat halt in seiner Kindheit ein Trauma erlebt und macht dann jetzt, äh, ist dann später Oberschüler, macht halt Kickboxen und, ja, kennt man doch, dann wird man halt eben von einer Kreatur gebissen, ja, und, äh, fertig. Ja, super Heldengelichter. Ja, eben, so das Übliche. Ja, bleibt mal abwarten, es kommt ja direkt schon im Sommer 2021, wo auch Scarlet Nexus kommt. Und da gab's jetzt letztens eine Präsentation von Bandai, denn Scarlet Nexus ist unter anderem ein Videospiel, was von den gleichen Entwicklern von Code Wayne und God Eater ist, was, ähm, jetzt auch im Sommer 2021 rauskommen wird, das hat man dann nämlich bei dieser Präsentation auch bekannt gegeben. Ähm, und gleichzeitig denkt man sich, ja gut, bringen wir auch ein Anime einfach gleich mit. Ähm, der kommt dann im, im Juli, startet der, ist von Sunrise, passt immerhin, äh, ist Sunrise auch ein Setsidiary von Bandai, ähm, und dann will man das Ding anscheinend einfach direkt gleich promoten. Und, ja, da hat man halt jetzt so, das ist halt Anime. Wurde auch schon, Simulcasts wurde auch direkt nach der, äh, Ankündigung bekannt gegeben von Wakanim, dass die den raushauen. Ähm, wer also Bock hat, bitte sehr. Ja, kann man leider nicht so viel mehr noch dazu sagen, weil der Teaser dazu, der war, äh, nichtssagend, leider Gottes. Er hat mir nicht erzählt, was da passiert. Oder wie es aussieht. Ja, ich, 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 ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz damit beschäftigt. Ich muss erst mal überhaupt noch Code Vein spielen. Werbewertet Zeit. Ja, aber ich gehe. ähm, was haben wir noch? The Moon, Laika in Nosferatu ist eine Light Novel, die eine Anime-Adaption bekommt bei Studio Arvo. Das ist, glaube ich, ein Studio, was es noch gar nicht so lange gibt. Ne, das ist tatsächlich relativ neu. Ja. Und erster Teaser ist dazu jetzt rausgekommen. Es sieht, ja, es sieht ganz schnell aus. Also das, das, äh, trifft bei mir in verschiedenste Volltreffer. erstes Mal, es, es geht um eine Alternativhistorie, ne, und es geht darum, zum Mond zu fliegen, ne, also im Endeffekt, das gleich mal Parallelen zu Honamis, ne, Wings of Honamis. und natürlich ist der Hauptcharakter, äh, ein Vampirmädel, das zum Mond fliegen soll. Und sie wird gesprochen von Megumi Harashibara. Boom, Ende. Ich bin schon überzeugt, der Vampirmädel auf dem Jahr. Ja, wo gemerkt, die erste Astronautin der Menschheitsgeschichte war ein Vampirmädchen. Uh, das ist mal kreativ, hatten wir, glaube ich, bisher noch. Also Vampire im Weltraum ist nicht, äh, ist schon im Trash- und B-Filmbereich ziemlich ausgelutscht worden, weil Monster im Weltraum, alle danke sehr, richtig es kommt. Das hast du gut gemacht. Ja. Aber trotzdem, das ist cool. Und Megumi Harashibara, wie lange habe ich sie nicht mehr in einer Hauptrolle gesehen, außer in Sachen, die halt schon älter sind, also irgendwas Neuem. Das ist eine Weile her. Da freue ich mich drauf. Ja, das ist doch schön. Das ist der erste Teaser, sieht halt auch, der sieht in Ordnung aus. Sagt halt jetzt noch nicht so viel. Ja. Noch? Komm noch. Gut, was haben wir noch? Mirko- Mirko- Mirko-Chan, The Girl That Sees Them, bekommt eine Anime-Adaption. Das ist ein Manga, der so ein Mix aus Horror und Comedy ist. Im Prinzip macht man sich so ein bisschen über Monster lustig. Es geht nämlich um eine Oberschülerin, die kann halt Monster sehen und versucht, ihr Leben einfach fortzusetzen, indem sie die einfach ignoriert. Ja, wir sollen einen Satz machen. Der Trailer ist fantastisch gemacht. Er ist so in einer altmodischen Horror-Fernsehserie mäßig aufgezogen, mit einer übertriebenen Vorschau, mit so einer bedrohlichen Stimme und den altmodischen Geisterhäuser-Geräuschen hinten dran. Als wäre was ganz Schlimmes passieren. Aber wer Bescheid weiß, der weiß, dass da nicht so viel Schlimmes passiert. Klingt aber zumindest das mal noch ein bisschen ab. Es erinnert sich halt an so eine klassische japanische Videospielreihe, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Deswegen versuche ich, das gerade mal zu googeln. Das bekommt demnächst endlich mal einen englischen Release. Ah, du meinst aber nicht Tsugunihou. Tsugunori. So, Tsugunori. So spricht man es aus. Das ist im Prinzip, geht es da nur darum, von rechts nach links zu laufen in diesen Spielen. Aber das sind halt auch so Monster-Jumpscare-Fests, wo es immer um Protagonistinnen geht, die versuchen, das Böse um sich herum zu ignorieren. Okay. Das ist ein Genre? I guess. Das sind in Japan relativ beliebte Spiele. Bei Hololive. Die Video, die ich immer gucke, haben letztens Permission dafür bekommen und einfach jeder hat es gespielt. Okay. Ja. Daran musste ich halt gerade denken. Was haben wir noch so Schönes? Higurashi ist jetzt die erste Staffel von dieser Fortsetzung zu Ende gegangen. Go. When they cry, go. Und da hat man am Ende angekündigt, dass das noch nicht alles war. Im Sommer, im Juli geht es nämlich weiter mit Higurashi. When they cry, Sotsu. Ja. Das ist vielleicht gut, dass sie es fortführen. Ich habe zwar mich nicht spoilern lassen, aber ich habe mitbekommen aus dem Internet, dass das Mysterium nicht komplett gelöst ist nach der ersten Staffel. Und so kannst du die Leute natürlich nicht hängen lassen. Klar. Dann würde die früher dir die Bude einschlagen, wenn du keine Fortsetzung hast, um das Ding aufzulösen. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe mich jetzt darauf gefreut, eigentlich Go zu gucken. Und ich gucke halt immer gerne, wenn es halt fertig ist. Aber wenn es halt noch nicht fertig ist. Anscheinend muss ich dafür sowieso Omeneko lesen, um es zu verstehen. Von daher habe ich jetzt einfach mehr Zeit, um irgendwie 100 Stunden Visual Novel wirklich zu lesen. Das Forschungsprojekt Higurashi. Später kriegst du deinen Doktortitel. Aber auch ein Anime, der nicht unterzukriegen ist, ist Encouragement of Climb, erstaunlicherweise. Das ist, glaube ich, ein Anime, über den man in Deutschland nicht unbedingt redet. Das ist ein Titel, der einen sehr ähnlichen Vibe hat zu sowas wie Eurocamp oder Aria, also diese Iashikei-Anime. Und da wurde jetzt bekannt gegeben, dass sie ja auch eine Viertelstaffel erhalten wird. Informationen bleiben noch aus so großartig, aber wir wissen zumindest, es wird vom gleichen Team gemacht wie vorher. Ja, wahrscheinlich liegt es am Format, dass es nicht so weit bekannt ist, weil es ist ja mal so eine Mini. Das war, glaube ich, nur die erste Staffel. Die zweite und dritte waren dann tatsächlich 24 Episoden-Dinger. Ja, aber die haben auch nur halbe Laufzeit gehabt. Also, das sind keine volle Serien-Episoden, sondern immer nur kurze Anime. Aber ja, du musst nicht unbedingt ewig lange Folgen mit dem Thema verbringen. Es geht ja nur um süße Mädels steigen auf Berge. Ganz kurz erklärt. Was brauchen wir mehr? Ja, schon. Die erste Staffel ist fertig gefilmt worden, jetzt anscheinend. Jetzt bin ich aber richtig neugierig. Ich bin auch neugierig. Ich bin gespannt, wie lange es jetzt noch dauert, bis die Serie dann rauskommt auf Netflix. Es gab ja damals so Komplikationen, weil die Hauptrolle wurde ja von John Cho verkörpert, der auch bei dem neuen Star Trek-Ding mitgespielt hat. Und der hatte, glaube ich, einen Unfall während der Dreharbeiten am Anfang, relativ früh. Hat sich eine Knöche gebrochen, oder? Ja, irgendwas war da und musste deswegen muss man länger Pause machen. Aber jetzt hat man es endlich geschafft, das fertig zu filmen. Ich bin echt gespannt. Es gab auch schon ein Interview mit Watanabe, der gesagt hat, also dass er halt nicht wirklich involviert war. Er hat halt einmal, man hat ihm halt einmal das Drehbuch geschrieben, geschickt und er hat dann halt irgendwie seine Kritik oder seine Meinung dazu zurückgeschrieben und das war es dann im Prinzip. Deswegen bin ich gespannt. Cowboy Bebop ist einer, der zumindest das Potenzial hat zu funktionieren. Es ist ein verdammter Space Western mit ein bisschen Cyberpunk. Das ist heutzutage in Vogue Cyberpunk, besonders aus Netflix und ein Space Western, so viel kann man da nicht falsch machen. Yes. Und den kleinen Teaser, den sie gemacht haben mit Corgi, das ist auch gut gewesen, das Quentin A. Ah ja, ich bin mal gespannt jetzt halt, wann er rauskommt dann letztlich. Ja. Was haben wir noch, wenn wir bei Netflix waren, das ist auch eine interessante Geschichte eigentlich. Die sind jetzt eine feste Partnerschaft eingegangen mit einem CGI-Studio und zwar mit Digital Frontier. Digital Frontier, eines der besten CGI-Studios wahrscheinlich in Japan. Die machen, die haben unter anderem ganz O gemacht, was wirklich ein visuell herausragender Film ist. Man kann inhaltlich halten von was man will, aber das ist visuell einfach Kunst. Ja, das ist ein Ding. Und die haben unter anderem die Special Effects bei Alice in Borderland gemacht, die Live-Action-Serie davon, die jetzt letztens bei Netflix rauskam. Das war anscheinend auch schon das erste Produkt dieser Zusammenarbeit. Die sind jetzt halt einen festen, längeren Vertrag eingegangen, dass Digital Frontier im Prinzip sich um viele Visual-Effects-Kram in Zukunft kümmert für japanische Live-Action-Serien. Mal gucken, ob dabei auch irgendwas Anime-mäßig rausspringen wird. Ich meine, Netflix macht in der Regel sowieso nur 80% CGI-Anime-Fotter. Passt's. Ja, aber tatsächlich ist das gar nicht so schlecht für die Anime-Produktion in Japan, dass sich Netflix so dermaßen darin ausbreitet, auch wenn die CGI-Dinger jetzt nicht unbedingt gerade immer die besten sind. Das lockert nämlich das ganze Produktionsgedöns dahinter ein bisschen auf, was für die Studios ja nicht immer gerade so toll ist. Also von daher, ja, hört sich gut an. Definitiv. Eine News, die heute rauskam, die ich einfach so gut finde, dass ich die wirklich, dass ich die hier noch erwähnen möchte, ist, Badai hat angekündigt, zu dem Millennium-Puzzle ein kleines Spielzeug rauszubringen, sozusagen zum Zusammenbauen und das Geile daran ist, das kommt ohne Instructions, das kommt ohne Anleitung, weil das ganz passend, wie das Millennium-Puzzle nun mal so ist, es ist ein Puzzle. Du sollst es selber rausfinden, wie du es zusammenbauen sollst. Was ist das Millennium-Puzzle nochmal? Das Millennium-Puzzle ist so ein, wie nennt man diese Gegenstände, diese wertvollen Gegenstände immer? Megafin. Ist im Prinzip das Megafin von Yu-Gi-Oh! Ach, von Yu-Gi-Oh! Okay. Und ja, das ist, ich find's geil. Da hat man was zu tun. Also, dass sie einfach die Eier haben, das so ohne Anleitung rauszubringen und zu sagen, hier, mach. Oh mein Gott, ich hab grad mal ein Bild davon mir angeguckt. Das sind einige Teile. Ja. Wobei, ich glaube, in dem Fall versucht, versuchen sie halt, das Ganze per Influencer automatisch ein bisschen auch zu promoten, weil da wird's haufenweise YouTube-Videos und so später zu geben, wie man die Dinger aufbaut und das ist perfekte Werbung. Ja, das ist eine komische Welt heutzutage, wo du alles wirklich nachgucken kannst. Aber es ist, muss man auch mal sagen, relativ günstig eigentlich, dafür, dass es schon hochwertig aussieht. Also, 3850 Yen, das sind so 33 Euro ungefähr. Ja, die gehen wahrscheinlich davon auf, dass einige Leute das gegen die Wand schmeißen werden, weil sie nicht weiterkommen, da können die das nicht so teuer machen. Ich find's geil. Also, was ich auf jeden Fall immer noch erwähnen möchte, ist, dass es wieder eine größere Produktion für ein Joe Hisaishi-Konzert gibt. Ah, das wird 2021 kommen, und zwar Nippon Televi und wird das auch global vertreiben, das Gerät. Vielleicht erinnern sich einige Fans an das Konzert von Hisaishi von 2008, wo er das 25. Ljubiläum für Ghibli gefeiert hat, denn der ist der Hauptkomponent da bei Ghibli gewesen. Hauptkomponist. Hast du gerade besprochen. Komponent? Ja. Okay, er ist auch ein Hauptkomponent. Das stimmt. Das stimmt. Ohne Hisaishi gäbe es kein Ghibli. Spirited Away, Nausicaa, Laputa, Minerva Totoro, überall. Ja. Es gibt wenig Filme von Ghibli, wo er nicht die Musik geschrieben hat. Die sind definitiv in der Unterzahl. Und das ist klasse. Das ist fantastisch. Ja, das ist so gut. So, nach den ganzen News möchten wir jetzt noch eine Sache unbedingt ansprechen, die uns allen am Herzen liegt, die gerade leider wieder zu aktuell geworden ist aufgrund von gewissen Geschehnissen in den USA. Und zwar ist es anti-asiatischer Rassismus. Also gerade jetzt in den Corona-Zeiten ist es sowieso ein Ding gewesen, was wieder immer präsenter geworden ist durch so Leute, die das Virus immer unbedingt China-Virus nennen müssen und dann werden da irgendwie alle Asiaten direkt in einen Topf geworfen. Auch wenn das so oder so Quatsch ist, das überhaupt China-Virus zu nennen. Dementsprechend habe ich zwei Organisationen rausgesucht, zwei deutsche Organisationen, die sich für anti-asiatischen Rassismus in Deutschland einsetzen. Das ist zum einen die orientation.de und ich-bin-kein-virus.org. Das sind beides, wie gesagt, Organisationen, die sich dagegen einsetzen, die verschiedene, die so Talkrunden halten, die so, das sind Organisationen, die veranstalten verschiedene Lesungen, Workshops, Veranstaltungen und haben aktive Webseiten, wo irgendwie Interviews veröffentlicht werden und auch Podcasts, wo über dieses Thema gesprochen wird, wo über die Erfahrungen von verschiedenen Deutsch-Asiaten gesprochen wird und bei beiden kann man spenden, ein wenig Geld, das dürfte denen sehr helfen, um weiter Workshops, Interviews und sonst irgendwas zu organisieren, um über dieses Thema weiter zu berichten, damit das ja, allen auch mal ins Gedächtnis gerufen wird, dass es halt eine Sache ist, die es so leider immer noch gibt. Leider. Grundsätzlich, Rassismus ist echt scheiße und dagegen muss man sich eigentlich immer stellen. Grundsätzlich, egal in welcher Richtung, der gehört einfach nicht in unsere Gesellschaft, Punkt. Es ist gut, dass wir Anlaufstellen dazu haben. Auf jeden Fall. die Ich-bin-kein-Virus-Webseite, die habe ich schon mal gehört, die ist besser bekannt, oder? Die ist mal durch die Medien gegangen, als hier zwei Fälle in Deutschland, ich glaube, letztes Jahr bekannt wurden. Es ist leider so, dass das Thema kurz bei uns aufgekocht ist, aber auch relativ schnell wieder verschwunden ist in den großen Medien. Das ist eigentlich sehr schade, weil das ein Thema ist, das immer noch sehr aktuell ist. Also durch unsere Arbeit haben, also ich speziell, relativ viel Kontakt zu Asiaten, die in Deutschland leben. Ich habe auch sehr viele in meinem Freundeskreis und die berichten eigentlich immer wieder oder erzählen halt immer wieder davon, was denn so passiert ist. Das sind teilweise Sachen, wenn du denkst, sie sitzen einfach nur in der U-Bahn und wollen von A nach B fahren und werden dann dumm angemacht, nur weil sie halt anders aussehen. Das hat halt leider durch die Corona-Pandemie und durch so einen dämlichen Ex-Präsidenten extrem zugenommen. Plus natürlich muss man leider auch ganz ehrlich sagen, dass ein kleiner Teil des deutschen Volkes irgendwie immer bescheuerter wird. Entschuldigung, aber ich muss das jetzt mal so sagen, weil mich regt das höllisch auf. Und es ist einfach schlimm und ganz ehrlich, niemand kann irgendwas dafür, dass das Coronavirus rumgegangen ist weltweit. Das ist einfach so, dass als Ausrede auf eine Volksgruppe zu schieben, ist ungefähr das dümmste, was man machen kann. Und wie ich sagte allgemein, Rassismus ist einfach nur totaler Scheiß und hat einfach, nee, das hat nirgendwo was zu suchen. Ganz ehrlich, ich verstehe es mittlerweile nicht mehr, das heißt, ich habe es noch nie verstanden und ich toleriere es mittlerweile auch nicht mehr. Also ich stelle mich ganz, ganz böse dagegen, weil es reicht einfach, was hier, es wird halt immer schlimmer. Und mir tun die Menschen einfach nur leid und deswegen ganz klar von uns absolut gegen Rassismus. Schaut euch die Seiten an, wir können es wirklich sehr empfehlen. Wenn ihr könnt, unterstützt sie, Unterstützung ist immer gut. Ich denke mal, wir können davon ausgehen, dass unsere Hörer garantiert alle anders drauf sind. Das würde mich auch ganz arg wundern, wenn nicht. Ja, ich glaube, mehr können wir dazu momentan noch nicht sagen, ansonsten rede ich nicht in der gleichen Reise. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, ich bin kein Virus.org und corretation.de. Ihr findet Links auch in der Beschreibung. Ja, geht und checkt die Seiten aus. So, dann sind wir fertig für heute, nicht wahr? Ja, dann haben wir es für heute geschafft. Nochmal vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr weitere News rund um Japan haben wollt, dann könnt ihr bei Rolling Sushi vorbeischauen oder auch bei Summikai.com. Wenn ihr mehr über Anime hören wollt, dann könnt ihr gerne bei Anime Slam vorbeischauen, auf YouTube, auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, im Prinzip auch. Da reden wir nämlich über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so konsumiert haben, so schön im Detail. So verschlungen haben. Noa. Gut. Danke auch an euch wie immer fürs Dabeisein und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.